Manu? Manu, Nanu, Nanu? Ich höre doch etwas. Es ist ja viel zu dunkel. Ah, das ist schon viel besser. Das kommt von dort. Da muss ich doch einmal nachsehen. Das ist so gemein. Dummdi 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 dumm. Man kann mich doch noch gebrauchen. Nanu? Wer bist denn du? Röllchen. Früher war ich Rolle. Eine dicke weiße Rolle Klopapier. Und jetzt? Weggeschmissen. Das tut mir aber leid. Muss es aber nicht. Denn jetzt bin ich ja da. Ich bin die volle Rolle. Ich bin rund und weiß und dick. Nicht so ein mickriges Pappenröllchen wie dir da. Ja. Und wir haben eine Menge Spaß im Bad. Wir lachen die ganze Zeit. Und wir sind ein bisschen miesepietrig drauf. Wie das Röllchen da. Möchte mal sehen, wie ihr guckt, wenn man euch einfach wegschmeißt. Genau. Das ist nämlich gar nicht schön, einfach so im Müll zu landen. Ich bin noch lange kein Müll. Noch lange kein Müll. Der Müllkiste. Euch werde ich es zeigen. Wir brauchen eine Idee. Genau. Am liebsten würde ich ins Badezimmer fliegen und von oben glitzerndes Konfetti regnen lassen, dass denen vor Staunen der Mund offen stehen bleibt. Wunderbar. So machen wir es. Machen? Aber was machen wir? Na, genau so wie du gesagt hast. Du fliegst ins Badezimmer, drehst ein paar Runden und wirfst mit glitzerndem Konfetti. Hey, ich kann doch nicht fliegen. Und warum nicht? Na, ist doch klar. Weil ich keine Flügel habe. Na, dann musst du welche bekommen. Wie denn? Einen Augenblick. Also, was ist der Plan? Ich hätte so gern Flügel. Ei, 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 ei. Flügel sind geradeaus. Schade. Quatsch. Natürlich können wir Flügel basteln. Oder, Schere? Also dann, los geht's. Tadaa. Die sind aber schön. Was da unten hab ich radiert. Schick, oder? Ich bin ja gespannt, ob sie auch passen. Und wie sie passen. Als ob sie schon immer da waren. Sie sind so schön. Jetzt wollen wir sehen, wie schön du damit fliegen kannst. Ich bin ja so gespannt. Alles bereit? Und fertig. Das Konfetti nicht vergessen. Sonst war ja alles umsonst. Enke, ihr habt dann alles gedacht. Viel Glück. Los geht's. Oh, schön. Ist das? Ist das? Das ist doch... Das kann doch wohl nicht wahr sein. Hörlchen. Sie fliegt, das ist ja ungläubiglich. Ich bin platt. Oh, klasse. Danke, dass ihr mir geholfen habt. Jetzt bin ich aber... Wie schön, wenn Träume wahr werden. Gute Nacht. 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 完成.